Jo Leute, herzlich willkommen zu den Silvester und Weihnachts-Specials 2014 auf meinem Kanal IngenieurZP. Und ja, wir zockeln ein bisschen Minecraft Smash Server, da hatten wir in der Beschreibung von dem Shopbox Server und dann geht's wahrscheinlich los in 10 Sekunden. Ja, ich möchte mich auch ein paar Sachen ansprechen, aber zuerst im Spiel, wir spielen die Map-Arena, geht direkt schon los, 0, und wir spielen insgesamt mit Elixir, Valentin, 0, 3, 10, und Shurijan, wenn man wieder reißt. Auf jeden Fall hab ich jetzt eine Suppe, okay. Die mach ich ja alle fertig irgendwie. Nein! First Blood und First Kill. Ich mein, das ist das gleiche, aber YOLO. Ja, überlebt. Okay, los. Ja, ich möchte mich auch mal ein paar Sachen ansprechen. Nämlich zum einen, My Little Eleven Let's Plays für die Zukunft von 2015. Da wissen wir noch nicht genau, wie es weitergehen soll. Zumindest, ähm... Ja, zumindest wisst ihr es nicht. Okay, die hat der Sprung sich gerade aufgeladen. Nein. Okay, diese scheiß Maus. Okay, ich mach mal die Prozente weg, obwohl es sich nicht gelohnt hat. Okay, Haltschwert. Komm, verpiss dich, Valentin, ey. Ja, nämlich, ähm... Es liegt nämlich auch an meinen Let's Plays Minecraft ElectroCraft. Okay, ich hab schon mal einen Kill. Hier geht. Ähm... Auf jeden Fall, ähm... Minecraft ElectroCraft gibt's so einen kleinen Haken, denn ich hab's nämlich schon bis Folge 18 vorproduziert. Der Nachteil dabei ist, dass, ähm... Diese Folgen noch mit Lecks zu rechnen sind. Weil da halt nur mein alter, alter PC dran war. Hier ist halt auch noch mal ein alter PC dran. Ähm... Das liegt dem einen noch daran, dass ich jetzt erstens schon das Bett bekommen hab für einen neuen PC. Aber nur noch nicht geholt hab. Das heißt, ich werd den mir selbst zusammenstellen nach meinen Interessen. Warum teamen die, bitteschön? No. Team. Das ist ein super schlechtes Team, was die hier machen. Obwohl Team verboten ist. Kommt! Hört auf mit der Scheiße. Ich hab keinen Bock da drauf. So, stirb. Elixa ist jetzt tot. Nee, war vorher schon tot. Mann. Die Typen können aber abstechen. Nein, sollte man nicht. Aber... Wenn er sagt, wenn er sagt, nicht teamen, dann teamt man auch nicht, ihr Buser. Damit das klar ist. So, ich rastet jetzt richtig aus. Komm, töten. Ja, der ist in die Bombe rein. Oh, ich hab mich gerettet. 101%. Oh, hör auf zu teamen, Mann. Das legt keiner auf. Ja, nämlich das Let's Play, würde dann halt ein bisschen weitergehen mit Lex und dann halt, weil das nächste Sache ist, Minecraft Clash wird immer weitergehen mit Endomatrix. Haben wir auch schon ein bisschen fok-produziert. Ist halt das Problem, dass wir halt überall fok-produziert haben. BG, Alter. Teamer, Alter. Okay, sie teamen eigentlich nicht, aber wenn ich da bin, dann gehen sie mal zu zweit auf mich drauf. Das nervt. Verpiss dich. Verpiss dich doch, Junge. Du nervst jetzt. Ja, komm her. Du stirbst jetzt. Du stirbst jetzt. Jetzt rast dich aus. Du kleiner Warnsohn. Mann, ey. Ich hasse den Mach-Tima. Einfach abschlichen. Einfach abschlichen. So, du brennst. Du brennst jetzt auch. Und verbrennst in deine eigene Haut. So. So. Dann nochmal einen Smasher drauf. Dann fühlt ihr euch alle doch viel wohler. Dann hab ich jetzt den Rocket Launcher. Und schmeiß ihn direkt auf dich. Dann kommt der Creeper. Dann zünde ich dich an. Stirb. Dann stirbst du. Hört da noch Dings? Ja. Wenn ich bin hinter Creeper. Nice. Dann hört er vielleicht endlich mal auf zu teamen. Komm, verpiss dich. Hast es nicht verdient zu leben. Okay, das war jetzt ein bisschen hart. Auf jeden Fall nicht Minecraft. Das geht mir ein bisschen zu hart hier. Stirb. Stirb einfach nur. So, jetzt vielleicht gewinnen wir noch gegen den. Weiß ich nicht. Ja. Komm Leute. Für so ein Team. Einfach töten. Einfach töten. So, Valenti ist wieder. So krass einfach. So krass. Ist einfach wieder gejoint. Unglaublich. No Team. Na egal. Auf jeden Fall. Ich glaube, wie ich die Spiele will immer weitergehen. und morgen kommt er nämlich auch noch übermorgen kommt irgendwie noch eine runde bedwurst oder auch keine ahnung ja natürlich gegen anderen perfekt ich bin gegen den anderen aber auf der gleiche arena ist lieber diese ist aber so geil man kann es ganz gut mit der angel kämpfen das ist ziemlich nice und du kannst richtig klar okay willst doch die harte tue gebratwurst mit ihm interessiert mich nicht wir sind jetzt erst mal mit dem es ein bisschen besser zu sein weil der hatte bis jetzt noch nicht geteamt kann er gar nicht nice also ich hab mich nicht getroffen holzschwert drauf da joo verpischlich noch mal schwert da sind wir beides eins ob ich ihn habe teleporter haha als ich sterbe kann ich mich raus teleportieren wie in aura haha nur dass der nur einmal gilt und er sich direkt nein hat nicht getroffen schade wir gehen von der seite dann kann er uns nicht gut treffen doch kann noch ne das müssen wir haben ein bisschen abstand vor dem halten oh scheiße der wird uns töten ähm ich weiß nicht ja nein Mist ist es mit der launchert ok nein es ist jetzt gewechselt ah du knackig schon mann warum hat er das gewechselt ich hätte mich jetzt eh nicht mehr retten können ach schade er ist fast wieder aufgeladen der doppelsprung aufgeladen kann man sehen indem man eine level leiste sieht er lädt er sich langsam wieder auf wenn ein smasher macht nein er hat eine angel bekommen oh nein ja eine perle jetzt kommt er uns ja jetzt geht er wow lade dich auf doppelsprung lade dich auf ja ist aufgeladen ok ich habe den holz schwer nein er hat ein jetpack ok er verbraucht es unnötig jetzt hat er keins mehr und ist genau wieder da wie vorher perfect perfect oben ich habe ihn nicht getroffen ja warum habe ich ihn so oh da habe ich ihn noch getroffen er sieht man mal wie gut ich eigentlich ein bogen bin aber in letzter zeit zögere ich ziemlich ja lauf dahin ja das hat er gut gemacht das muss ich ihm sagen also nein nicht 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 stirb einfach bitte bitte dann können wir uns ja wieder Frieden schließen wenn du stirbst ja ich habe ihn nicht getroffen er war vorher schon gelb ich glaube ich habe mich gerade mitgetroffen scheiße ich stirb aber bitte okay nein ja noch der holz hat bekommen oh das ist ein richtig geiles match gerade das ist ein richtig guter gegner und nicht so ein teamer er ist die hälfte aufgeladen bitte 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 ja ja in nein ich habe es p Kung ials nimmene jetzt habe ich ein slow und ich kann ja ich kann ja nicht ja das war es mit dem special wir sehen uns in der nächsten folge im jahr 2015